Skeletten sind nur manchmal, ist irgendwie schade, nicht immer. Ist ja viel besser. Warst ja besser. Ja, Spinnen haben ja auch weniger Leben. Ja, aber Skelette und Zombies mache ich manchmal auch One-Head, weißt du? Achso. Ja, dann ist es halt kritischer Treffer, ne? Echt, ey. Kritisch. Ist ja kritisch, ne? Ja. Oh, das Skelette hat einen Moment, ne? Oh, ey, wieso verbrauch ich mich? Enchanted, der jetzt noch opeer ist als deiner, ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist Jerome. Stell dir vor, du hast ein Skeletch-One-Hit gemacht. Das ist Jerome. Warum? Wie oft musst du bitte die Spinnen schlagen? Ja, das fang ich mich auch. Das waren, äh, vier Stück, ne? Meine Erfahrung, geh weg. Boah! Mann! Dann spinnst du? Ja. Ich hätte nur noch ein bisschen, dann hätte ich voll. Voll was denn? Voll was denn? Voll was denn? Voll, ja, 30. Boah. Ich bin 40. Was ist das hier, ey? Ey, Mann, Maurice! Jetzt wächst du mich denn, Herr Hohen? Ich bin drei Kugelschen, die Erfahrung. Ja! Ja, logisch, mach ich auch immer. Ich schlag mal tot, deswegen. Siehst du? Wieso geht denn der ein? Ach, ihr habt da dran rumgestellt, okay. Was hab ich gemacht? Ach so, 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 so. Jetzt müssten alle gleich schnell hochgehen und runter. Ja. Ja. Sag mal, Jerome, wie viel Schaden hat denn der gemacht? Ähm, ist mir nicht aufgefallen. Mir ist nur aufgefallen, dass ich, äh, hinterher nur noch wenig hatte. So, hier, Leo. Hast du fertig? Ja, ja. Let me see. Für euer Tanke, für euer Kobble. No problem. So, dann mach mal an, bitte. Wie an? Oh, ich will aussehen. Ja, jetzt geh raus und mach dem... Geh mal raus. Nee, mach mal runter. Ach so, ich dachte, du baust diese Pro-Maschine. Was für eine Pro-Maschine? Wo man eine Zweierwand wegmachen kann. Das willst du, Alter? Da muss ich aber oben was bauen, weißt du, ne? Ach so, nee, dann was. Ach nee, nee, stimmt gar nicht. Ich dachte, du haust da jetzt so richtig vom Leder, so richtig so. Was? Ja, nee, ist klar. Ja, nee, nee, nee. Nee, also so einen würd ich jetzt nicht haben. Da denkt der richtig. Ach, was ist das denn? Dann mach mal lieber bei der Stadt. Ja, mach da aber Knöpfe hin, ne? Obwohl, nee. Ich find das mit Schalter eigentlich schon geil an. Geil an. Ich find das mit Schalter schon geil an. Ja, warte. Was? Ja, mach's da draußen wieder zu. Ja, okay. Ich würde schon keinen Brunnen machen, also zumindest nicht so einen. Hm. Also so ein, zwei Blöcke breiten, find's hässlich. Mach doch so ein Ding ins Brunnen. Und von den... Ja, ich wollte noch großen Runden machen, aber... Ja, das... Der große... Der war mir persönlich zu nah am Eingang. Ja, nee, das meine ich ja. Wir wollen ja, äh... Oder ich? Ich sollte noch eine, äh, Stadt bauen. Du kennst Dörfchen. Oder Markplatz, oder was auch immer. Hier auch immer. Und da dann noch, äh, den Brunnen rein. Ja, da kommt auf jeden Fall auch noch einer hin. Mhm. Genau. Redstone, das war dein. Drei, vier. Vier breit, vier breit. Zwei, drei. Vier. Ah, nee, da muss eigentlich einer hin. So rein. Ja, hier muss einer hin. Definitiv. Oh, nee, warum baue ich das denn jetzt damit ab, so? Tschüss, Alter. Sieben Dias hier gerade. Alter, übertreib. Insgesamt habe ich jetzt 17. Toll. Wenn ich jetzt sterbe, ey. Lachen wir dich alle aus. Also ich reiche die ganze Aufnahme zu. Selbstlich. Selbstlich. Ich hatte, ich hatte mindestens auch schon so 30... Obwohl, nee, 30, 50, 4. Ja, ich hatte schon 5, 6, aber... Ja, ihr wisst doch, wie oft ich gestorben bin. Oh nein, ein Creeper. Creeper sind im Moment die größten Feinde, die wir haben. Ja, ich habe ihn aber getwirtet. Und der hat mir drei, drei, wie heißen die, Zündpulver gegeben. Schwarzpulver. Schwarzpulver, Schießpulver. Schwarzpulver. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich auf Zündpulver komme. Vielleicht wegen TNT-Zünden. Ist ja egal, du wusstest alle, was ich meine. Ist das eigentlich nur im Creative-Modus so, dass Creeper direkt zünden, wenn man die anzündet, oder? Nee. Kann man Creeper auch per Rattstone-Schaltung diskutieren lassen? Aber dann kann man ja richtig geil jetzt mit den Trollen, äh, dann lockst du die an. Ja, ja. Aus hinzündest du sie an, dann BAM! Muss nur gucken, dass du wegkommst. Wieso, du bist dann im Creative-Modus, oder hab ich das missverstanden? Nein, wenn man nicht im Creative-Modus ist. Wenn es ohne Creative-Modus geht, dann... Oh, über mir ist Wasser. So, das brauche ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr. Wir haben eine Pferde-Rüste. Yay. Ich habe eine Pferde-Rüste. Ich wollte gar nicht sagen, hat es nicht irgendjemand schon von euch ein Pferd? Was ist das denn für eine Pferde-Rüste? Ah, genau, wir wollten, wir wollten noch tauschen, ähm, dass denn ein Diamant gegen... Obwohl, warte, was war das? Äh... Hä, wie hab ich denn jetzt gezogen? Ja, genau, ein Diamant gegen eurem Sattel, oder? Ja, aber nö, jetzt hat er gerade viele Diamanten gefunden. Ach, mann... Denkst du, die gehören dir, Junge? Die gehören dann allein mir. Okay. Spaß hat, der Krise. Möchte jemand anders noch Team haben mit mir? Ja, du darfst bei uns einziehen, das Ding. Okay, verpiss dich noch da hinten, ich brauch dich nicht mehr. Direkt, ja, ja, ich nehme mir meine Sachen mit, ne? Fick Dave, ich weiß bei mir. Das, du darfst zu uns einziehen, aber Jerome nicht. Ja, und zwar direkt auch, so, ne? Oh, tut mir irgendwie nicht leid. Okay, wissen wir Bescheid, Leo vergnügt sich jetzt die ganze Zeit die Folge an der Tür. Ja, Mann, jedes Mal, wenn ich das so aufmache, so, oh. Willst du Wasser holen? Ja. Ich hab nämlich gerade nur eine unendliche Quelle gemacht. In dem Ding drin? Ja, ja. Och, Mann, hättest du mich nicht mehr sagen können, bevor ich rausgelaufen bin. Hab ich doch, da warst du gerade die Tür am aufmachen. Ja, da war ich schon fast am Wasser. Du bist ja am Arsch, du warst hier. Hier warst du. Da hast du vielleicht angefangen zu reden. Willst du Wasser holen? So, guck mal, ob Melonen gewachsen sind. Geil. Oh nein, oh nein! Oh, ich hab's kaputt gemacht. Bam. Ach, komm schon. Oh, Mann. Warte, aber am wachsen dann keine Melonen, ey. Ist das von schnellst du nicht? Weil ich dich gerade abgebaut habe, du Opfer. Ich brauch aber Essen, ey. Ja, Leo auch. Warum funktioniert die Kacke denn? Ey, Maurice, ich komme mal kurz zu euch. Ich möchte bitte meine Spitzhacke wieder, meine dir. Ich brauch die. Oh, die ist kaputt gegangen. Die ist jetzt aber, äh. Oh Gott, das leckt. Also, Pferd zumindest. Oh, Leo, du machst aber einen schönen Brunnen. Ja, voll hässlich. Ist das hier mit dem Wasser so richtig? Ja, das war das einzig Schöne daran. Leo, hast du die Spitzhacke? Was ist denn eine Spitzhacke? Warum baue ich eine Spitzhacke? Als ob ich mir Werkzeuge raus... Was war das? Diamant? Diamant mache. Ja. Ach, ich hab die selber. Wollte schon sagen, ey, weil ich hab die nicht. Boah, ey, ich weiß nicht. Ich muss irgendwie ein anderes Tech-Shop-back haben. Ich hab ein bisschen Angst gerade, ey. Ich kann dir da eins empfehlen. Nein. Default, ne? Default. Nein, du nicht. Boah, das ist das Default. Nein, so hat Text. Es gibt ja jetzt einen HD-Swecks, ne? Äh, Growth. Sind die nicht alle HD? Das ist so behindert. Minecraft kann doch gar nichts HD sein, oder? Es kann mehr Pixel haben zumindest. Es kann sogar 3D sein, ja. Ja, ist sogar in den Einstellungen drin. Ja. Du kannst auch 3D machen, 3D-Fernseher. Ich hab leider nicht mehr so eine alte Brille. Ja, ich auch nicht. Jetzt eigentlich kein Schwein mehr. Ich hatte voll lange noch so eine. Aber... Ich hab auch im Keller, weil ich find die nicht. Ich hab mir nicht wirklich Lust, die zu suchen. Wenn du zum Minecraft schon 3D spielen kannst, ne? Nein? Ach da. Ja. Was viele Spinnen wieder sind, ey. Boah, voll der geile Brunnen geworden, oder? Oh Gott. So, jetzt kommen wir hier noch hin. Das sieht aus wie ein Brunnen, Alter. Boah. Da hätten wir auch. Da hätten wir auch stattdessen... Das ist auch richtig Hammer geworden. Hätten wir auch stattdessen so einen Brunnen machen können, wie in so einem Dorf ist. Einfach mal hier hinklatschen. Oder so einen Wüstenbrunnen aus Cobblestone. Oh, lohnt. Obwohl, ist das nicht die gleiche, ne? Ist nicht die gleiche. Nee, ist nicht der gleiche. Die sind anders gebaut. Ja, aber die sind nicht aus Cobblen. In der Wüste. Ja, aber man kann es ja umändern in Cobblen. Den Sandstein zu Cobblen tauschen. Bla, bla, bla. Man kann auch viel zu viel reden. Jerome. Ey, komm, der sieht gar nicht so hässlich aus. Okay, ich hab jetzt ein bisschen Clay up drauf. Der sieht zwar schon hässlich aus, aber nicht ganz so hässlich. Und hab jetzt drei Stacks. Oder? Ach, der, 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 der sieht doch toll aus. Es gibt schlimmere Brunnen, genau, oder? Nein, der sieht ganz, der sieht gut aus. Ja gut, wir wollen ja nicht gleich übertreiben. Aber, das sehen. Hä? Du brauchst nicht so übertrieben heucheln hier. Ah. Das ist ja wunderschön. Ich hab noch nie etwas so Wunderttolles gesehen. Was Wunderttolles? So was Wunderttolles hab ich wirklich nie gesehen. Nicht? Wunderttolles. Wie findest du das? Lauf da, den, oder ich hau dich. Zwei Stacks Eisen zurückkommen. Mit einem Stack, mein ich. Du willst mich hauen und spannst den Bogen. Pass auf, ich kann auch schießen. Guck mal, ich geh rückwärts. Och man. Da bin ich auf einmal zur Seite gegangen. Ja. Was jetzt, Nils? Entschuldigung. Was hältst du davon, wenn ich, ähm, 17 Dias, über einen Stack Eisen, sieben Gold und über einen Stack Kohle nach Hause komme? Dann sagen wir, du bist ein kleiner Lappen. Dann tausch mal das Gold mit dem Kohle und dann passt das. Tausch mal das Gold bei den Polen und dann... Ich entchant jetzt irgendwas aus Sinn und Tollerei und so. Was passiert, wenn man, äh, Polen in die Sahara, also die ganzen Polen in die Sahara bringt? Keine Ahnung. Sieben Jahre nix, danach wird der Sand knapp. Das ist keine Macht, Alter. Ich hab eine Level-1-3er-Entchantung gemacht. Warum? Weil ich level zu viel hab, keine Ahnung. Held und so. Ey, da klaut jemand Erde bei uns. Oh und so. Erde. Ich hab genug Erde, hier. Ach nee, du bist das ja gar nicht. Ja, geber. Nein. Genau, der nimmt jetzt die Erde und stoppt die Löcher, die Maurice gemacht hat, weil... Oh geil, habt ihr viele Melonen, gleich nicht mehr. Mh 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 mh.